hallo leute hier ist euer soldier von euch ins 17. part von crash bandicoot und wir machen wieder weiter und ja wir sind wie weit wir heute kommen wir sind jetzt wieder im warp raum wir haben das letzte level war schon ganz gut und jetzt wollen wir weiter machen wir weiter kommen im zweiten teil durchschaffen wir es bestimmt noch nicht aber so genau das haben wir gemacht road to ruine straßen zur ruine ok so schauen wir erstmal was wir wo wir sind ok das sieht schon ein bisschen vielversprechend aus leute wenn es nicht das ist was ich denke was ich denke also ich kenne das level jetzt noch nicht aber wenn es genauso ist wie im ersten teil dann wird es ein bisschen schwer leute naja hoffen wir mal dass es besser läuft wie im ersten teil ok so habe ich mir jetzt nicht so gedacht aber ok 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 sie kann es ganz platt machen ok naja immerhin wir leben und warum ok warten wir mal so ok das geht doch runter warte warten wir warten wir warte warte so perfekt so perfekt ok 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 wir Glück gehabt. Damit haben wir doch ein Leben dazu bekommen. Boah, das war knapp. Die will ich den Krasszern natürlich mitnehmen. Hoffen wir mal, dass bald das Ende ist. Naja, dasselbe geht eigentlich, Leute. Also das geht ja noch. So. So. Warten wir. So, Bonus Level. Huh. Okay, da geht's auch noch weiter. Okay. Okay. Das ist bisher schon ganz sehr gut, aber... Okay. Ah, okay, okay, okay. So, perfekt. So. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen... leise bin, aber ich bin ein bisschen konzentriert. Also nicht wundern. Ich würde schon gerne das Level schaffen. Okay. Okay. Papapapapa. Glück gehabt. Okay, ein Affe. Ja. Den hat er natürlich nicht getroffen. Okay. Okay. Renn, 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 renn. Boah, der ist ja knapp. Ja. Das war... Gern mal so leichtes Level, würde ich sagen. Muss ich echt sagen. Also, das war ganz mal so leicht. Aber ich habe es dann auch geschafft. Ich müsste auch diesen Kristall, glaube ich, auch... ...gefunden haben. Ja, habe ich auch gefunden. Mensch, wie mag ich diese Kristalle zu vergessen? So. Es fehlt nur noch das da. Unbearable. Unbearable. Okay. Da ist er Rebel? Ja. Der Riesige beöffnet einen Geheimgang. Ja. Glaubst du, ich... Wir müssen wegrennen. Ja. Wir müssen wegrennen. Riesenbär! 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Naja, ich sehe ja nicht zum Anbeißen aus, Leute! Das ist ja knapp. Tut mir leid, Barry. Tut mir leid. Wow! Okay. Da kommt noch einer. Wowowowow. Los, Crash! Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kaputt machen kann. Nein! So. Jetzt kommt das da und dann das da und dann das. Ich komme! Komm mal! So. Wow! Nein! Wo? Ich meinte, ich komme weit am Ziel, Leute. Wo? Ey, Mann, ey. Immer diese Springdinger. Das gibt's doch nicht. Wie viele Berge gibt's denn noch? Ich springe lieber. Mann, ey. Ich wollte springen! Ich wollte springen! Ich wollte springen! Ach komm, ey. Immer diese Mean. Da braucht man überhaupt nichts. So. Ich wollte eigentlich springen. Mann, ey. Immer diese blöden Mean, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Ach komm, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Immer diese Mean da. Die stehen so blöd. Ah, Mist. Okay. Wen wär's nochmal? Hier ist denn das so schwer, aber das... Ach komm. Oh. Woa. Woa. Come. Woa. Woa. Schnell, Crash. Woa. Woa. Schneller. Das sind wir hier. Los, los, los. Woah. Das war knapp. Woah. Ey man, immer dieser blöden Min, ey. Das ist doch einfach nicht wahr. Okay, das geht auch nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie... ...ausweichen können. Los. Los. Los, Crash. So. Also... Habt's vielleicht keine Ahnung wie ich da hochkommen soll. Oh, warte mal. Okay, okay, ich weiß wie ich da hochkomme. Nice. Okay. Also muss ich... Ach man. So, nochmal. Mal. So. Jetzt aber. Mal. So. 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 Schau mal, dass es jetzt kein Bär mehr kommt. Oh man, okay, ich bin grad falsch gelaufen. So. Oh man, es geht weiter. Ich war jetzt nicht so geplant. Komm schon. Ich komm. Hätte ich ja genau an können, Leute. Hätte ich ja genau an können, dass da irgendwas kommen tut. Also ein Hellseher wäre schon nicht geworden. Oh man. Ach shit. Weil ich mal kurz die Nase kratzen muss. Das ist natürlich nicht so toll während dem Zacken. So, jetzt aber nochmal. Schieb mich genau dorthin, wo ich sterben kann. Genau. Äh, wo waren die? Da. Wo? Ach komm. Als ob man das nämlich schaffen kann, ey. Das ist nicht wahr. Ja genau. Und dann noch genau rein. So nochmal. Ja. Wenn man nicht mehr drüber kommt, was soll ich denn machen? Manche Level können echt sehr frustrierend sein. Oh man. Oh man. Oh man. Der dasselbe ist gern mal so schleischt. Am meisten wegen diesem Zäun. Das macht alles sehr kompliziert und wegen den Dingern. Die Zeilen und diese Echsen. Okay. Und mit den Minen, die machen es ja noch schwieriger. Oh man, ich hab schon gedacht, ich schaff's wieder nicht. Ach komm ey, diese blöden Minen. Sorry Leute, aber die Minen nerven sowas von. Ich muss mal einen Trick machen. Hallo, spring doch rüber. Ey Mann, das gibt's ja nicht. Sehr kompliziertes Level. Also kompliziert nicht, aber schwer. Schwer. Ich wünschte, das Eisbeck, wenn wir da nicht mehr hochkommen. Na ja, im Minen bin ich ja da, wo ich war. So. So. Und hier. So. Jetzt haben wir's. So. Diesmal schaffen wir's Leute. Also schau, ich schau's natürlich. Ich schau's natürlich, dass wir's diesmal schaffen. Hmm. Im Ali is a blöde Zone. Nein, Mann. Nein! Nein, ich hab doch geist doch gedrückt! Wenn ich es dann nicht schaffe, mach ich es dann auf Screen. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein! Oh, ich mach es auf Screen, Leute. Nee. Nee, keine Chance. Nee, tut mir leid. Ich schaff das einfach nicht. Naja, Leute. Ich würde sagen, ich spende den Part. Ich mach es dann auf Screen, Leute. Und... Oder... Ach, wisst ihr was, Leute. Ich probiere es nicht noch einmal. Wenn ich es einmal nicht schaffe, dann mach es dann doch auf Screen. Einmal probiere es noch. Ach, komm. Wenn ich es dann nicht schaffe, mach es doch auf Screen, Leute. Also... Ich hab da irgendwie dann keine Geduld. Obwohl der Bär schon ganz nah bei mir ist. So... Ich entschuldige mich schonmal. Ich bin voraus. Aber... Das ist nicht einfach. Da thin... Ach... wouldnatt bin ich super. Woher schaser. Das daneben wir della Gute. Kommt da weiter und fahren auf den Gute. Kommt da ganz lentig. B咧, ich fühle mich aus dir. Number. Abb es dann weiter und �ij hierherame Foto. Aber exhibit scarce eine Gute��. Ich warte mal, dass ich das jetzt schaffe, weil das ist ganz nicht mal so einfach. Ach komm, ist einfach nicht mal auf von dem Tag. Ach komm, ich schaue jetzt aber. Der nächste Fall wird dann eindeutig besser, Leute. Versprochen. 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 Das kannst du da kaputtmachen? Ok. Ich weiß bestimmt auch so. Nein! Shit. Okay. Das war ja auch ein bisschen blöd, das könnte die Dinge ja auch die ganze Zeit kaputt machen. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Ja. Du, 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 du. Uff. Checkpoint. Ja genau, jetzt geht's so rum. Nein! Oh man, das ist sehr schwer, Leute. Ich werde mich lieber fressen. Wow. 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 Oh man, ist das schwer, Leute. Ach komm, ey. Ne, Leute. Ich muss auscreen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal geht's dann weiter. Und ja, vergesst nicht abonnieren jetzt. Und kommt jetzt und seid links dabei. Von Crash Bandicoot 2. Von Soul Ace. Ja.